Heute basteln wir einen faulen Adventskranz. Dazu brauchen wir vier Weckgläser. Wir nehmen die Decke, besprühen sie mit Gold und während die Farbe trocknet, fangen wir an die Weckgläser zu befüllen mit jeglicher Dekoration, die wir entweder noch rumliegen haben oder die wir uns besorgt haben. Das können Goldfäden sein, Eukalyptusblätter, Tannenzapfen, Tannennadeln und eben Teelichter. Passt auf, dass ihr so drapiert, dass das Teelicht nichts anzünden kann, aber das Weckglas schützt Gott sei Dank auch noch, so kann auf jeden Fall nichts daneben gehen. Trotzdem habt gerne ein Auge da drauf und das war es schon. Viel Spaß mit euren faulen Adventskranz!